Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Die Monster Farm läuft. Wir brauchen nur eigentlich jetzt noch jemanden, der... Gibt es eigentlich? Nee. Na gut, hier müsste man idlen dafür. Aber das könnte man machen. Für... Mit der Parabox. So, ähm... Gut, das ist abgehakt. Jetzt wollen wir uns weiter um die Quests hier kümmern. Es wird langsam mal Zeit, sich um die Viecher zu kümmern. Um Ender, Drachen und den Wither. Will ich vorher noch die Compact Machines bauen? Eigentlich nicht. Dafür müsste ich nämlich eine ganze bauen. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf gerade. Floaty McFloat. Okay. Das ist quasi der neue Angel Block. Den kann man irgendwo hinsetzen. Der wird auf Kopfhör gebaut. Pflüpp. Sehr praktisch. Treffe ich den damit oder nicht? Hoffentlich, ne? Hallo. Wo ist mein... Hat ich nicht. Wo ist mein Juju? Jojojo. Jojo. Kobalt. Ein bisschen was reparieren, bevor wir gleich losziehen. Ähm... Habe ich eigentlich schon meine Unbreakable Slick Touch Picke gezeigt. Wie bin ich sicher? Das ist meine Unbreakable Slick Touch Picke. Die ist aus Kobalt und... Bone. Adite. Und... Die ist Unbreakable. Und hat Slick Touch. Es hat... Und hat Slick Touch. Touch. Mal mitnehmen. Dann können wir mal ganz kurz diesen Andyman verprügeln. Falls er sich nochmal zeigen sollte. Nicht in irgendeiner Map. Nö. Dann nicht. Gut. Wie viel dazu? Abwo. Wie sieht mein Shrieken aus? Shrieken hat keinen... Modifier mehr. Schade. Wie viel Schaden machst du? 5,81... 19. Uhuhu. Okay. Das hätten wir. Ähm... So. Okay. End... Cake. Water. Boat. Wither. Was mache ich zuerst? Ich habe den Wither, oder? Luriken geht auf Wither, glaube ich, immer. Ansonsten nicht auf das Jojo. Das Jojo macht viel Schaden. Vielleicht erst ein Ender Dragon. Der ist nicht ganz so schwer. Okay. End... Cake. Lass meine Cake natürlich mal wieder machen hier. Okay. Buckels. Am besten... Gleich mehrere. Obwohl, brauche ich nur Cake. Egal. Trotzdem machen. So. Ei auf Ende. Ähm... Zehn Stück hier. Und... Cake. And Cake. Upp. Boop. Klingeling. Tisch. Letzter Tisch für letzte Dimension, hoffentlich. So. So. Wunderschön. Okay. Vorbereitungen. Ich brauche ein Bottles. Bottles, Bottles. Bottles. Oh. Habe ich doch so viel davon. Das ist ja der Wahnsinn. Bottles. Bottles. Bisschen Dragons Breath mitnehmen. Der schlechte Atem. Und das Ender Drachen. Brauche ich jetzt noch irgendwas? Was? Ich glaube, fast nicht. Ähm. Mal ganz kurz rüber in die Hunting Dim, um zu gucken, wie viel XP ich da rausholen kann. Vielleicht können wir noch irgendwas upgraden an mir. Mal ganz kurz rüber in die Hunting Dim, um zu gucken, wie viel XP ich da rausholen kann. Mal ganz kurz rüber in die Hunting Dim, um zu gucken, wie viel XP ich da rausholen kann. Ist nicht danach super viel aus. Ach, toll. Das war ja gar nichts, war das. Hm. Mist. Äh, na gut. Dann eben nicht. Okay, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Eigentlich war es das, ne? Cake kriege ich eh zurück nach Hause. Okay. Dann. Besuchen wir den Drachen, würde ich sagen. Why not? Why not? Ähm. Allerdings würde ich das Ding hier ungern offen, frei. Ja, genau deswegen nämlich. Kein Bock, dass der Ende Drache mir hier meinen Kuchen sprengt. Sehr äußerst uncool. So. Einmal das. Einmal das. New. Cake. Okay. Puh. Bin ich bereit? Nein? Ist okay. Hi. Heyho. Oh oh. Oh, ernsthaft? Ach so, der Drache ist gar nicht hier. Warum ist der Drache explodiert? Warum ist der Drache explodiert? Was ist denn hier passiert? Was habe ich verpasst? Was habe ich getan? Ähm. Ich weiß nicht genau, was... Ich weiß nicht genau, was... Äh. Kein Dreck ins Brett für uns, Freunde. Ich bin verwirrt. Auf vielen Ebenen. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Wir nehmen... Wir nehmen... Portal hier steht. Wir nehmen die Richtung. Portal ist übrigens eigentlich nur ein Portal in... Also... In eine Richtung. Weiter, weiter, weiter. Das heißt, wenn wir einfach in eine Richtung fliegen, kommen wir auch irgendwann an den Inseln an. Wahrscheinlich. Ich habe ja mal einen Waypoint am Kuchen. Das ist doch total bescheuert. Hui. Soll ich doch ein Enderperler nehmen? Scheint, ist es doch ziemlich weit. Autsch. Warum ist der Drache explodiert? Soll das so? Ist das... Ich will kein Advancement, oder? What do you do to budget constraint? We could not afford a dragon this time around. Wie mache ich dann Dragon's Breath? Craft Dragon's Breath. Oh. Okay. Gut. Aha. End Crystal. Aha. Äh. Liquid Chorus Bucket? Okay. Okay. Also es gab einen Ender-Drachen. Okay, gut. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas kaputt gemacht. Ach. Gut. Dann. Ich habe trotzdem eine Ender-Perle. Yo, du. Gib mal. Danke. Äh. Da ist das Ding. Ich hoffe, ich treffe beim ersten Mal. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ähm. Waypoint. Ah. Es wäre doch gar nicht mehr so weit weg gewesen. Toll. Mhm. Okay. Dann nehmen wir ein bisschen Chorus mit. Wir nehmen alles mit. Partikel. Entschuldigung. Gimi. Danke. So. Dann suchen wir mal das Schiff. Also. Da ist schon mal. Das Haus. Also die Tower. Die Litsch ist allerdings im Schiff. Und das Schiff ist hier nicht angedockt. Aber Schulker. Trotzdem. Oh. Keine schlechte Idee. Oh. Bööö. Schulker. Mein Schulker kann wenigstens ein bisschen trainieren. Mhm. Au. A bit. Sorry. So. Schulker. 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 Und die Dinger hier brauche ich auch. Glaube ich. Dinge. Das Zeug brauche ich glaube ich auch für irgendwas. Was? Oh. Entschuldigung. 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 Das war eine ganz dobe Idee. Wow. Huh. Ja. RIP Headphone Users. Oh. Das war ziemlich viel. Entschuldigung. Mach auf da. Auf. Meine Güte, Leute. Still doch mal. Au. Ja, ja. Wow. So. Ey. Aufwachen. Au. Mach auf. Ach. Weg teleportiert. Meine. Brr. Wo sind's denn hier in die kleinen Kügelchen? Mach auf. Dankeschön. Hier unten irgendwo. Ah. Eigen Nuss. Au. Schießen die schon wieder her? Raus. Da durch die Wand. What? Stop it. Nicht legen. Schön. So. Ähm. Ja. Gibt's überhaupt Loot? Glaube nicht. Außer Schulkass gibt's hier, glaube ich, nix. Oder? Gab's hier Loot? Nur die ganzen Dinge, die hier so rumfliegen. Hm. Kataschen. Mach auf. Mein Shuriken ist irgendwie komisch gerade. Du da. Mach auf. Oh, Mann. Äh. Bekloppte Viecher. Okay, anscheinend gibt's hier nicht so viel. So. Ähm. Bin mal in diese Richtung. Oh, ein Herz. Oh ja. Zehn Prozent mehr Leben. Nice. Das nehm ich gerne. Kann sogar Eisen. Oh, nicht schlecht. So. Schiffchen, wo bist du? Ich muss das Deletro finden. Lala. Kling schon schnell, ja. Mehr Speed. Mehr. Uff. Aber den kann überall sein. Ich würde sagen, bis gleich. So, hier sind wir nun. Ich hab, äh, die Tunkload Reichweite auf, ich glaub, 21 erhöht oder so, damit ich besser sehen kann. Und hier sind wir nun. Nochmal ein Häuschen, aber mit Schiff. Ich hab komische Soundbugs zwischendurch. Das ist irgendwie merkwürdig. Da drin, da ist direkt noch ein Tower. Alter, Vater. So, äh, Schiff. Schiff, Shuriken, Shulker. Hm? Neh, mich. Hm? Ach, da. Danke, das nimmt mich an mich. Das auch. Noch ein Herz. Nice. Building Scepter. Okay, cool. So. Mhm, mhm. Ein weiteres Herz. Nom, 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 nom. Sind wir auf 85%, 185%. Nice. Okay. Wo war das andere Ding? Da. Noch ein Schiff? Yes, noch ein Schiff. Also, der Literal, aber... Ich will... Ne, Herznamen. Und Kisten, vor allem Loot. Ich will Loot. Ich will nichts anderes mehr als Loot. Hm, 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 hm. Was? Zack. Okay. Ach, noch nicht. Mending. Hm. Ah. Rafted Coast Fruit. Ganz cool. Cool. So. Yeah. Okay, ich hab genug. Oh, nein, den hab ich nicht. Ähm. Stirb. Den hätt ich gern noch. Hi. Na? Was geht denn so? Wie? Au. Mach mal. Mit Hackt. Und mit baue ich dich ab? Okay. Brauche ich von einem Ändergedönse da unten irgendwas? Oder? Ja, nicht so. Vielleicht nehm ich einfach mal eine Vein mit. Zur Sicherheit mit der Silk Touch. Kann ja vielleicht nicht schaden. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Hab ja genug Platz im Inventar. Mhm. Und ist noch... Reicht. Ab. Nach. Aus. Autsch. Ah. Zwei sollte ich vielleicht noch mitnehmen irgendwann. Aber brauche ich es denn für irgendwas? Ist die Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. A load schneller. Also wir hätt vielleicht mal ins Tor springen sollen. Egal. Wo ist es los? Das dauert mir ein bisschen zu lange. Sind wir gecrashed? Nee? Hier sind wir. Fragt mich nicht. Na gut. Unsere Rüstungsbeute kann aber hier bleiben. Den Drachenkopf hänge ich mir. Ah. Kennt man gar nicht. Warte. Na gut. Elytra. Die zwei. Platz. Genau. Für zwei. Wunderbar. Jut. Äh. 60. Boah. Da sag ich nicht. Wobei die könnte ich besser recyceln. Kann er mehr rausholen. Okay. Nochmal ein XP-Tab. Einmal dich. Äh, nee. Äh, ja. Nee. Einmal du. Einmal du. Und die Tanks. Wo baue ich das Ding auf? Äh, ich glaube irgendwo, wo es niemanden stört. Also hier. Ich hoffe, das funktioniert so. Und die fließen wirklich durch. Ah. Warum? Weil nämlich die 60 Level definitiv mehr wert sind. Als 60. Weil wenn ich jetzt, ich sag mal, zwei Skills kaufen würde. Für jeweils 30 XP hätte ich im oberen Levelbereich extrem viel verschwendet. Weil die Anzahl an Levelpunkten, die ich brauche, von 30 bis 60 ist extrem viel höher als die von 0 auf 30. Deswegen, ne. Wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher werde ich hier erstmal eine halbe Stunde stehen und ins Becken pinkeln. Hm. Hier seht ihr, wie viel das jetzt schon an XP ist. Warte mal. Kann ich bitte? fluides Dingsbums. Ich muss ihn mal kurz weitergeben lassen. Ist ja furchtbar. Genau. Bring weg. Oh, ist besser. Mehr Platz. Okay, genug abfließen lassen. So, jetzt für 28 nehme ich einmal die Night Vision. Und ich glaube, ich nehme Death, weil Attack braucht, bringt uns nicht so viel. Heal Wounds. Freeze Health. So, Option 20. 12 Prozent. 30. Okay. Ich glaube, so schnell geht das mit dem Ding nicht, oder? Gar nicht. Geht. Und das sind die anderen 30 Prozent. Also 30 Level von 0 auf 30 ist so viel weniger wert. Also so viel weniger XP nötig. Nochmal 30. Nochmal 30. Das ist jetzt noch ein paar Maschinen. Von Projectiles. Komplett. Ah, jetzt brauche ich 4. Also die volle Nano-Armor. Okay, cool. Nochmal 30. So, der ist schon mal leer. Guck mal, ein Tank für mehr als 30 XP. Also ne, lohnt sich auf jeden Fall, da sparsam zu sein. So. Mhm. Hm. Also nochmal. Noch kriege ich ein bisschen mehr hier raus, ne? Joa. Absorption ist immer gut. So. So. Dankeschön, reicht. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Warte, boom. Passt schon. 30 Prozent Absorption ist schon okay. So. Das hätten wir jetzt mal mit meinem Witherchen. Habe ich Witherköpfe? Glaube schon. Mhm. So. 5? 1, 2, 3? 4? Egal. Ähm. Hast du Lack? Du hast Lack drauf. Du hast, du hättest auch Lack drauf. Ähm. Wir gehen dafür in... Welche Dimension? Twilight Forest vielleicht? Oder Hunting Dements mit so dunkel? Ins End? Ja. Im Ende ist es am meisten Platz auf jeden Fall. Ups. Der ist sauer. Au. Wo bist du geladen? Ich muss noch ganz kurz die... ...Walte wieder runtersetzen. Ansonsten... Ähm. Zieht es zu viel Performance? Wie wär's mit direkt hier? Klingt... ...klasse. Was bist du denn für ein Wither? Okay. Ey, jammers. Mhm. Komm her. Lieber Jojo? Alter, wie hoch fliegst du denn, Junge? Wir fliegen. Hallo? Ich treff ihn nicht. Why? Ich muss mein... Juju. Juju. Mein Jojo ist zu lang. That's what she said. Shit. Ins Gesicht. Ich hab wie möglich... ...hab den Wither mit dem Jojo ins Gesicht geschlagen. Das funktioniert auch. Wunderbar. Äh. Hehehehehehe. Hehehehehe. Entschuldigung. Das war witzig. Autsch. So, dieses Mal vielleicht mal das... ...das echte Portal nehmen. Also das Nachhause Portal. Was bist du? Also ein Anti-Sterb-Lämpchen. Das ist... ...mussant. Wiii. Boink. Credits. Spiel zu Ende. You win again. Ja, danke. Kenn ich schon. Alle schon gesehen. So. Zack. Anfänger Item. Ja. Okay. So, was fehlt noch sonst auf unserer Liste hier? Achso. Kraft. So, Dreckens Bress. Okay. Äh. Dreckens Bress 4. Ist extra terrestrial. Oh, hab ich Gast? Hier ist überhaupt... Nö, ne? Wäre mal ne Idee. Die bekam ich jetzt nochmal gleich... ...an die Statuen. Staturkur. Aha. Hm. Müssen wir uns auch mal reingucken, weil... ...die geben doch, glaube ich... Ups. Die geben doch, glaube ich, äh... Decorative Sound Functional Peaceful Muted. Tue ich die einmal da rausballern, oder... ...haben die... ...das verstehe ich nämlich nicht ganz. Wie das funktioniert. Na, ist auch egal. So. Äh, vier Gastiers habe ich. Kann ich damit... ...ein so ein Ding bauen? Äh... ...blank. Mhm. Dann packen wir das mal wieder ein hier. Ähm. Hopp. Ähm. Und dann müssen wir ein bisschen von den Typen schlachten gehen. Apropos schlachten. Das Schwert. Das war... ...welches? Das Glitcht. Schwort. Damit habe ich nämlich die Chance... ...mehr Daten zu bekommen. Muss ich mal gucken... ...dass ich, äh... ...Ghasts kriege. Vielleicht. Falls welche spawnen sollten. Äh. 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 Wo ist er? Warte mal. Ich kann mir das Minimap mal anzeigen lassen. Äh. Jot. Äh. 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 Minimap. Äh. 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 Display. Small. Icon. Ja. Genau das. So. Ich habe ihn gehört. Aber wo ist er? Unten oben? Hm. Nicht mehr da. Wieg schneller. Garstie, wo bist du hin? Hm. Komm schon. Man es nicht brauchen kann und dann spawns weder wie wild, aber... Kann ich... Gibt's ein Garst Seat? Ähm. Ja. Parmenite. Okay, ich kann auch zur Not... Oh, hallo. Die aus dem Twilight Forest leben. Oh. So. Das... Das... Gab jetzt wie viel... Experience... Experience... 40. Au. Großartig. Ähm. Nicht genug, auf jeden Fall. Yep. Zwei. Okay, also noch einen für das nächste. Oh, das ist gut. Wenn ich noch einen finde, das wäre perfekt. Dann, ähm... Kannst du mich direkt in den Fabricator da packen? Oh, nehme ich das Basic oder irgendwas Model? Dafür. So. Einer noch. Komm schon. Das kriegen wir hin. Gibt's nicht auch so ein Garst Mindest Spawn in Chunks oder so? Das ist ganz gut. Ein Garst Mindest Spawn. Mindest... Ja. Ja. Ich habe gut geschnittenen Dinger hier. Komm schon. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Glaube fest daran. Komm schon. Garst die, lass mich nicht im Stich. Komm schon, Spawner. Spawner. Spawn. Hm. Dieser Chunkschnitt hier. Ist echt witzig. Komm schon. Einer noch. Ohne große Insel. Muss doch... Mal einer spawnen. Gibt's eigentlich sonst noch irgendwo eine große Insel? Hm, nicht wirklich. Hier oben ist recht groß, aber... Oh nee, so groß, was ist da eigentlich grünes drauf? Ach, es ist so sand. Okay. Okay. Puh, vielleicht gleich... Ich, ähm... Ja. So, Spawn neu. Spawn mein Garst mit. Los. Los. Tu es. Komm schon. Tu es. Wenn ich nicht die Folge beenden kann. Please. Never lucky. Oh. Auch eine schöne Insel. Umgegeben... Oh, die ist wirklich sehr schön. Umgegeben von der... ...vollen Festung. Apropos tolle Festung. Wir sind im Glas. Komm schon, sind die so selten... Aha. Sagen, so selten sind die doch gar nicht. Komm her, du kleiner, mieser... ...trauriger Kobold. Au. Sag schön. Okay. Ab. Nach Hause. Hup. Hup. Ah, cool. So, jetzt können wir das da wieder rausnehmen. Bup, 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 bup. Und eigentlich davon zwei brauchen nicht davon. Egal. So. Also das Ding packe ich jetzt mit dem... Wie ist das Zeug noch gleich? Ein Clay. Hol mir Clay. Äh, what? Was fehlt? Oh, Clay, Clay. Kein Problem. Automatische Clay-Fabrik. Alles kein Problem. So. Dann gasst du mal hier weiter. Kasem. Bitteschön. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal.